Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, möchte ich noch ein paar Sachen zum Kanal ansprechen. Und zwar haben wir zuallererst jetzt einmal ein neues Feature freigeschaltet und zwar sind es die Kanalmitgliedschaften. Hiermit könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Betrag den Kanal nochmal extra supporten. Hier könnt ihr, wenn ihr das wollt, für 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro monatlich den Kanal wie gesagt nochmal extra supporten. Aber abgesehen von dem kranken Support, den ihr mir und dem Kanal damit geben würdet, hättet ihr natürlich auch noch ein paar Vorteile, sage ich jetzt mal. Zuallererst habt ihr dann eigene Emojis, die ich hochgeladen habe. Könnt ihr ja mal später nachschauen, was das für Emojis sind. Danach habt ihr auch noch ein Logo vor eurem Namen, wenn ihr zum Beispiel einen Chat schreibt oder einen Livestream. Klar, Livestream tun wir jetzt nicht wirklich oft, aber wenn irgendwas Besonderes mal ansteht, kann es sein, dass wir auch mal auf YouTube Livestream. Und da habt ihr eben auch ein Logo vor eurem Namen und das Logo könnt ihr eben auch nochmal upgraden. Und umso länger ihr eben Kanalmitglieder seid. Als letzten Vorteil haben wir, dass ihr bei Community Games, die wir auf Twitch ja meistens machen, Vorteile habt. Dort werdet ihr dann wahrscheinlich immer als erstes drangenommen, wenn ihr eben zeitlich gut da seid. Dann werdet ihr wahrscheinlich vorgezogen gegenüber den anderen. Natürlich aber auch die Subs, die eben auf Twitch sind, die werden natürlich auch ein Stück weit vorgezogen. Das ist ja ganz logisch. Das waren erstmal so alle Vorteile, aber ich denke über die Zeit werden da auf jeden Fall noch ein paar neue Vorteile reinkommen. Das ist eigentlich relativ sicher. Und aus diesem Grund würde ich mich auf jeden Fall, wie gesagt, extrem darüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Müsst ihr aber auf keinen Fall. Aber ihr würdet, wie gesagt, den Kanal damit extrem supporten. Aber ja, so viel erstmal dazu. Jetzt habe ich noch eine andere Sache, auf die ich eingehen will. Und zwar sind derzeit immer noch 80% der Zuschauer, die den Kanal regelmäßig gucken, aber nicht abonniert haben. Aus diesem Grund würde ich mich extrem freuen, wenn ihr einfach mal auf den Abo-Knopf drückt. Das würde mich einfach extrem supporten und vor allen Dingen auch extrem freuen. Jedes Abo freut mich wirklich immer noch extrem. Auch wenn wir zur Zeit wirklich extrem viele regenerieren. Extrem viele Abonnenten. Freut mich das immer noch bei jedem Abonnenten. Und aus diesem Grund würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Und es ist auch kostenlos. Und wie gesagt, ihr würdet mich damit auch einfach extrem unterstützen. Und habt auch, wenn ihr noch die Glocke aktiviert, einfach immer eine Benachrichtigung, sobald ich ein Video hochlade. Und somit verpasst ihr einfach gar nichts mehr. So, und das war es erstmal zu den zwei Sachen. Das war eigentlich erstmal so alles, was ich sagen wollte jetzt noch nebenbei. Ich weiß, ich habe viel zu viel dafür zugelabert eigentlich schon. Aber ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Videothema. Und zwar gehen wir wieder auf Master. War eigentlich schon recht klar. Ich habe es ja damals eigentlich, glaube ich, schon gesagt in dem alten Video, was ich ja auch schon letzten Splitter hochgeladen habe, wo ich auch Master erreicht habe. Da habe ich das natürlich auch schon gesagt, dass ich wieder auf Master gehen werde. Und ich denke, wir schaffen es dieses Season auch. Beziehungsweise ich hoffe es auf jeden Fall. Da es ist zur Zeit, finde ich, sowieso nicht allzu schwierig, wie zumindest die Seasons vorher. Aus diesem Grund denke ich mal, schaffen wir das schon ganz locker, sage ich jetzt mal. Ich werde das Ganze wahrscheinlich so gestalten, dass wir immer so nach zwei Rängen ungefähr, also sagen wir mal, wir sind jetzt hier vier. Danach werde ich bei dir zwei wieder ein Best-of oder Highlights oder ein paar geile Runden dazu hochladen. Und danach wieder, wenn wir Master erreicht haben, falls wir es denn erreichen sollten. Aber ja, soviel erstmal zum Road to Master. Ich rede euch schon wieder wirklich viel zu viel um den heißen Brei herum. Ich würde einfach sagen, wir kommen jetzt noch einmal ganz kurz zum Video. Und zwar habe ich ein paar geile Runden rausgesucht. Das sind drei Stück und davon sind einfach die Highlights, die geilsten Momente da. Und das sind wirklich extrem coole Runden und extrem spannende Runden gewesen. Und jetzt würde ich auch sagen, gehen wir auch direkt rein ins Gameplay, beziehungsweise in die drei Gameplays. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß damit. Und ja, falls euch das Ganze hier gefällt, lasst es mich gerne mit einem Kommentar oder mit einem Daumen wissen. Und falls du neu bist, kannst du, wie gesagt, gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall wirklich extrem, extrem unterstützen. Und mich vor allen Dingen extrem freuen. Also gut, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem jetzigen Video. Also macht's gut und ciao, viel Spaß. Ja, das sind mehrere. Zwei sehe ich bisher. Oh ja. Das ist die eine Solo, die ist neben dir links. Das ist ein. Absolut 1 AP, haben ihn. Hey, es sind zwei Teams. Es sind zwei Teams, da oben ist noch die Wave. Gold ist Spitfire-Ticker. Moin. Hab ihn. Knock. Let's have safe ways. Alter. Die sind nicht da. Die kommen. Pass auf, lasst sie nicht graben. Das ist nicht schlecht mit der Graber. Revenant, äh, Revenant, Pell finden wir fast korrekt. Ihr müsst gleich zonen, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen, aber trotzdem müssen wir bald. Über uns. Über uns, über uns, da, 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 da. Ich gehe von hinten bei dem. Wollenschein. Nice. Hier. One shot. Einer, Peter. Das nicht, das nicht, das nicht. Hab ihn. Einer noch. Pass auf. Oh, oh, oh. Den können wir nicht begeben. Ich hab Jumper, wir können direkt pushen. Wenn ein Flyber drin bleibt, dann bringt das für ihn nichts. Der bleibt, der ist ganz da oben noch. Der macht gar nichts. Unter die liegt noch der Genockte. Wo, 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 wo? Ganz oben, ganz oben, da. Und hier ist der Genockte. Na, tja, mal gucken. Ja, da ist er. Da ist aber nichts, gullig. Der ist aber nicht schlecht, Digga. Da ist er. Bist du auf die Rüte? One shot. Nice, man, let's go. No win. So geht das. Digga, what? Ah, Digga, cross. Digga, cross. Egal, rein da, komm, wir gehen da zu drühen oder zu drütt. Ich hab wirklich kein Dreck vor dem. Auch wenn ich es vielleicht haben sollte. Knock. Du da. Ja, da komm, ja, da komm. Oh, oh. Groß, Alter. Versuchen die den zu finishen, im Mate, oder was? Äh, ja, ja. Wo hast du einen Knock? Da oben, oh Gott, hier. Halt. Da. 72 Flash. Oh, mein Gott, Digga. Ich hab meinen Nathan. Cracked, one. Da ist auch noch was. Das ist absolut, äh, der hat nur Schild. Der hat nichts, cracked wieder. Der hat nichts. Gut, ihr Mate, ich lenk die ab. Na, wo ist er denn da? Gut, ich bin Spitfire, aber das wisst ihr eigentlich. Reloaden. Sind das zwei nur, oder was? Ja. Nice. Der andere ist auch fast crack gewesen. Ist crack, ist one. Ah, der ist selber. Ich liegt hier oben. Ich muss aufpassen, dass ich von hier was kommt. Ich hab mir erstmal nichts. Die Wave top runter, was macht der? Wave, point, point. Ja, Mate, hat die, nice. Let's go. Ich denke, der ist selber. Ja, ja, hat er. Es ist gefinished. What the fuck? Oh, das ist selber. Das ist selber. Crack, crack, crack. Die sind tot. Die kommen pushen. Einer brennt richtig. Einer brennt richtig. Die brennen alle richtig. Die sind alle wollen. Alle wollen. Das ist ne Bett gegeben der Octane. Finish, nice. Ich finish auch. Nice. Wir klatschen ihn einfach gleich zu zweit weg. Hier mich voll, dann pushen wir den. Dann haben wir das easy, Natascha. Da. Scheiß, ob das er gefinished ist. One shot. Let's go, man. Nice. Digga, mein Damage sogar, lol. Fast 3K. Oh, Chargeräufe, Digga. Chargeräufe regelt. Hier unten. Die Co-Aften. Oh, nee, das Ding geht gar nicht. Ja, lass die pushen. Sekunde. Geh mal vor, Mann, Junge. Scrag. One. Knock. Reiner. Der ist unten. One shot. Ein AP. Knock. Tot. Danke für den Follow, Shadow. Vielen, vielen Dank. Ja, da oben ist einer. So, auf der unten auch noch. I made it down. Yes, crack that, crack that, crack that, crack that. BB ist Half-Life. Was? Hä, BB ist die Nade, hä? Half-Life. Was ist da raus? Wave-Knock. Nice, nice, nice. Wir haben gepusht, wir haben gepusht. Get jump head ready. Der kommt, da. Da. Guck mal, da oben. Jawohl. Lass den finischen, lass die Bangalow finischen. Ja. Obwohl, die Zone kommt, ich weiß nicht. Das ist so, Freunde. Nice. Nicht Assists bekommen für das Game. Der ist dahinter. Wir müssen da rein, eigentlich die Nocken sich. Einer finisch, warte noch, warte noch. Ich scann mal. Nicht, dass wir jetzt 3er-Skatz vor uns haben. Einer, oder? Da hinten. Der ist, äh, Nock, Nock. Ja, der ist finished. Darf ich raus, oder? Ja. Ich habe keine Heavy mehr. Ich habe jetzt noch ein Magazin. Oh, rein, rein, rein. Ja, rein da jetzt. Wait for me. One shot. Der nächste. Oh, lit, 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 lit. Let's go, nice. Endlich Dio. Da zieht sich eine Bat-Reiling-Krieg von mir zu verhedschert von mir, Alter. Die Arme. So, der Mate war dabei, ne? Ja, Mann. Und... Dio, let's go. Nice. Jetzt geht's auf zum Master. Jetzt geht's auf dich. Wir können die Roseskrieg. Das ist hier. M Northeast. Das ist diese Motivation. J latency-Ichbestier. Nou hat eins auf denahren. Was ich für romanieren? Dio hier. Und ich mache die Leube. Bergant COVID- Shakespeare jetzt davon. Und ich habe Angst, dijo.